Bevor das Video startet, hier eine kleine Info für euch. Vor knapp anderthalb Wochen habe ich ja das Realtalk-Video hochgeladen, was sehr viel Feedback bekommen hat, von daher noch einmal Dankeschön dafür. Im Video habe ich ja gesagt, dass ich nur noch ein Video pro Woche herausbringen möchte, dafür etwas länger und ich versuche es ab sofort immer mittwochs um 18 Uhr zu veröffentlichen. Dabei geht es mir um die Watchtime, die auf YouTube eine entscheidende Rolle spielt. Wer mehr News haben möchte, sollte mir auf Twitter folgen, denn da haue ich sehr viele Neuigkeiten in kurzen Tweets raus. Wenn ihr mich noch weiterhin supporten möchtet, könnt ihr das gerne auf Twitch machen, denn da bin ich fast täglich ab 18 Uhr live am Stream und absolviere eine MyTeam-Karriere auf dem PC mit Mick Schumacher und einem Honda-Aggregat auf eine 98er KI. Anschließend fahre ich gegen die Community. Alle Links befinden sich ganz oben in der Videobeschreibung und nun viel Spaß mit den News. In der heutigen XXL-News-Folge geht es um. Ungarns Regierung droht mit harten Strafen. Höckenberg bald zurück in der Formel 1. Darum wurde Grangean nach dem Qualifying zum Steiermark-Campret nicht disqualifiziert. Renault protestiert gegen Racing Point. Mercedes verlängert wohl mit Bottas. Red Bulls GPS-Messungen gegenüber Mercedes. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Dieses Wochenende findet mit dem Ungarn Grand Prix auf dem Hungaroring das dritte Rennen binnen drei Wochen statt. In Spielberg gab es strenge Regeln wegen dem Coronavirus und die ungarische Regierung droht den Teammitgliedern mit harten Strafen, falls sie sich aus ihrer Blase entfernen sollten. Wenn jemand gegen so etwas verstoßen sollte, drohen entweder eine 15.000 Euro Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe. Gerade für die Mitarbeiter aus Großbritannien und anderen Nicht-EU-Ländern wurden diese aufgestellt. Denn das gilt nur für Reisen zwischen dem Veranstaltungsort, der Unterkunft und der An- bzw. Abreise. Außerdem dürfen sie keine öffentlichen Verkehrsmittel und Taxen benutzen. Mahlzeiten dürfen nur am Veranstaltungsort und in der Unterkunft eingenommen werden. Eigentlich hat man diese Regel nur für die sieben Teams in Großbritannien aufgestellt, aber es wurde allen Teilnehmern dringend empfohlen, diese Richtlinien einzuhalten. Niko Hückenberg war am Sonntag Kommentator bei RTL und er sagte, dass er daran arbeite, ein Formel-1-Cockpit zu bekommen. Es sind ja nicht mehr viele Plätze frei, aber er versucht sein Bestes. Wo könnt ihr euch Niko ab 2021 vorstellen? Schreibt es in die Kommentare. Romain Grosjean ist beim Qualifying zum Steiermark Grand Prix nur eine Runde gefahren, aber er zielte dadurch keine Zeit. Grund war eine fehlerhafte Kühlung für den Energiespeicher am Boliden. Deshalb musste die Haarscrew bis spät in die Nacht am Auto schrauben und beging dadurch auch einen Regelverstoß. Denn normalerweise sind bis zu 3,5 Stunden nach dem Qualifying-Ende am Auto zu schrauben erlaubt, was um 20.16 Uhr der Fall gewesen wäre. Doch sie waren ohne einen FIA-Beobachter bis 23.20 Uhr noch mit den Arbeiten zu Gange und das wiederum spricht gegen Artikel 34.4 des sportlichen Reglements. Zitat der Sportkommissare, in diesem besonderen Fall aber akzeptieren wir, dass es klarerweise mildernde Umstände gab. Denn das Team hätte das Auto nicht einsetzen können, wenn es vorher nicht einen Regelverstoß begangen hätte. Die Stewards betonten aber, dass diese Strafe nicht als Präzedenzfall für künftige Regelverstöße angesehen werden kann. Knapp zweieinhalb Stunden nach dem Steiermark-Grand Prix verschickten die Stewards-Post Richtung Racing Point. Darin heißt es, dass Renault gegen die Pinken offiziell Protest eingelegt hat. Die Franzosen klagen über das Design des RP20 und sind der Meinung, dass sie gegen die Artikel 2.1, 3.2 des Sportgesetzes und die Anhänge 6.1, 6.2a und 6.2c verstoßen. Um euch mal aufzuklären, sie klagen über die dreiste Mercedes-Coupé von 2019 und es ginge nicht mit rechten Dingen zu. Die Bremsbelüftungen sind den Franzosen aufgefallen, die seit diesem Jahr zu den Listed Parts gehören. Das sind Teile, die jedes Team nirgends einkaufen darf und selber konstruieren muss. Gerade bei den Testfahrten ist der RP20 ohnehin schon aufgefallen, denn gleich vier Teams waren nicht damit einverstanden. Racing Point verstehe nicht, warum sie sich aufregen, denn sie hätten nichts Verbotenes angestellt, sondern lediglich bei Mercedes gewisse Sachen abgeschaut, weil es das schnellste Auto im Feld ist. Dann kam die Pandemie und die Sache geriet in den Hintergrund. Doch beim Steiermark-Grand Prix fuhren Stroll und Paris sowohl im Training vorne mit, als auch beim Grand Prix am Sonntag. Stroll von 12 auf 7, Paris von 17 auf 6. In der Clean Air kam das Team fast an den Werks Mercedes heran. Das französische Werksteam möchte von der FIA eine Aufklärung haben. Sie hegen den Verdacht, dass es zwischen Mercedes und Racing Point zu einem Austausch kam. Verdacht kommt hinzu, dass das pinke Team den Windkanal von Brackley benutzt. Was das Reglement allerdings erlaubt, ist der Einkauf Racing Points vom Motor, Getriebe und die dazugehörige Hinterradaufhängung vom Mercedes. Renault wundert sich aber auch über die präzise Kopie der Aerodynamik-Oberflächen. Racing Point könnte es sogar bis auf den dritten Platz in der KWM schaffen, gerade weil sie so gut unterwegs sind, was Ferrari als Beispiel wegen dem Auto nicht schafft. Die Franzosen sehen einen Verstoß gegen fünf Abschnitte des sportlichen Reglements. Im Anhang 6 geht es im Prinzip darum, dass gelistet Partsbestimmungen von den Teilnehmern eingehalten werden, wie zum Beispiel das Chassis, die vordere Crash-Struktur und das Bodywork. Paragraph 2c des Anhangs 6 besagt, dass im Fall des Outsourcings von Design-Teilen diese dritte Partei kein Wettbewerber oder eine Partei ist, die direkt oder indirekt gelistete Teile für einen Wettbewerber entwirft. Maximal einen nicht im Wettbewerb stehenden Konstrukteur, wie zum Beispiel Dallara bei Haas, darf der Bau der Listed Parts sein. Ob Renault rechtgegeben wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Der Protest ist zugelassen und die vorderen und hinteren Bremsbelüftungen des RB20 wurden beschlagnahmt. Die Stuarts möchten weiteres Material und auch die Bremsbelüftungen des W10 von 2019. Valtteri Bottas wird auch 2021 aller Voraussicht nach für Mercedes fahren. Der Finne soll wohl einen Einjahresvertrag bekommen. Bereits am Rande des Österreich-Compré hat Mercedes-Chef Ola Calineos seinen Segen für die beiden Fahrer gegeben. Wo wir gerade von Verträgen für 2021 reden, es ist durchaus möglich, dass Sebastian Vettel 2021 für Aston Martin fahren wird, denn die Gerüchte schweifen nicht ab. Gespräche seien weit fortgeschritten, beziehungsweise der vierfache Weltmeister stehe sogar kurz vor der Unterschrift. Nur noch Details sein zu klären. Paris hat wohl in seinem neuen Dreijahresvertrag eine Millionenklausel, mit dem er den Vertrag bis zum 31. Juli kündigen kann. Ob Paris in der Formel 1 bleibt, beziehungsweise für welches Team er 2021 an den Start geht, ist unbekannt. GPS-Daten zeigen, dass Red Bull auf den geraden und den schnellen Kurven gegen Mercedes seine Zeit verliert. Dem Honda fehlt im Vergleich zum Mercedes-Aggregat etwa 0,3 bis 0,4 Sekunden bei Volllast. Das Leistungsdefizit ist im Rennen deutlicher als im Qualifying. Ein Mercedes-Ingenieur erklärte, dass Honda die MGOK früher als sie abschalten. In langsamen Kurven ist der Red Bull allerdings wieder schneller als der Mercedes und der Hungaroring hat langsamere Kurven als der Red Bull Ring. Die Motorleistung ist dort nicht so wichtig und von daher könnte Red Bull dort mit Favorit auf den Rennsieg sein. Kommen wir zu Mikes Meinung. Zum Thema Corona und Ungarn, ich finde es richtig, dass man sagt, dass man in seiner Blase bleiben soll, aber dann sogar mit einer Freiheitsstrafe zu drohen, klingt für mich ein bisschen zu hart, aber die Geldstrafen sind in Ordnung. Ich würde es feiern, wenn Nico Hülkenbeck wieder in die Formel 1 zurückkehrt, nur in welchem Team ist halt die Frage. Ich hätte fest mit einer Disqualifikation von Gorgon gerechnet, gerade wegen den Regeln. Da hatte Franzose beziehungsweise das Team aber nochmal Glück gehabt. Das Thema Racing Point oder der pinke Mercedes gibt es ja erst nicht seit gestern. Die FIA hat Anfang des Jahres gesagt, dass das Fahrzeug legal sei. Aber was bei dem Protest von Renault gegen sie herausspringt, da bin ich ja mal gespannt. Keine Ahnung, was den drohen könnte. Was denkt ihr? Wird Racing Point bestraft oder nicht? Und wenn ja, was wir strafen könnten, den drohen? Schreibt es in die Kommentare. Was die beiden Fahrer angeht, freue ich mich für sie, dass sie weiterhin in der Formel 1 fahren werden, obwohl ich erst dachte, dass mit Vettel und Aston Martin wäre Fake News, weil sie ja zwei Fahrer mit Langzeitverträgen haben und Vettel garantiert nicht den Posten des Ersatzfahrers besetzen wird. Aber diese besagte Neuigkeit zu Vettel kam gestern per SkySport.de. Honda muss jetzt ein Motor-Upgrade bringen, um näher an Mercedes heranzukommen. Denn Red Bull hat meiner Meinung nach beste Chancen, sich mit ihnen anzulegen. Gerade in den langsamen Kurven sind sie einen Ticken besser. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Simon M. Er schreibt zum Thema Alonso. Mit Alonso tue ich mich schwer. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Wir werden sehen. Ich denke schon. Einige hatten ja geschrieben, dass es besser sei, Nachwuchspiloten neben Ocon zu setzen, aber ich bin der Meinung, dass Fernando sehr viel Erfahrung und Wissen mitbringt, um Renault besser dastehen zu lassen als die Jahre zuvor. Meiner Meinung nach ist er ein toller Fahrer und ich bin davon überzeugt, dass er gute Rennergebnisse einfahren wird, wenn das Auto das auch hergibt. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.